Was habe ich mir da jetzt nur eingebloggt? Ich muss selber lachen. Das sind die Magdalena, oder? Haben die eigentlich keine Blödsinn? Die hat die Magdalena, glaube ich, extra abgebaut. Okay, wir schauen mal. Du lieber Gott. Okay. Dankeschön. Zum Glück gibt es Wendehebenhaus. Wo bist du denn? Du hast mal eine Studie lernen, tatsächlich. Ja, klar. Was ich gesagt habe, dann ziehst du ich. Ja. Ja. Wir waren ein bisschen dran gewöhnen. Schauen wir mal. Das geht. Da sind ja gar keine Tränsen. Nein, Magdalena hat die extra abgebaut. Ich sage für dich, ich bin sehr schnell ab. So. Jetzt schauen wir mal, ob sie es tatsächlich kann. Okay. Also machen wir uns jetzt. Ja, ich sag schon. Ich gehe mal, du lässt es nicht. Geh, du machst es nicht. Komm, 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 komm. Wenn du mich fragst. Ja. Deine Mannschaft, wie bringst du das jetzt bei? Okay. Ja. Und ab nächster Woche alle mit Rollschuhen. Weil dann wird endlich mal was vorwärts. Okay. Ja, denke ich auch. Also, ich denke, das war eine gute Idee von dir. Und wenn die Zuschauer das öfter sehen wollen, einfach kommen. Die Kamera wird in Zukunft immer mit Rollschuhen arbeiten. Ja. Ich denke den Zeitpunkt immer mit Rollschuhen machen. Das ist eine gute Idee von Guys. Aber like yellow ist jetzt oder teacher? Es kommt um malen mit Rollschuhen. Mein Mannschaft powers ka wie Und�를 hank sulle Bildschuhen. Ich bin mit Rollschuhen. Das ist eine gute Idee von meiner Rezeption, weil ich denhängenños Gleichbeifall bei Rollschuhen. line wholeen Das ist. Es liegt codes für Leute sich möglich, aber ich kann selber glaube ich von binstick.